Die Zinswende an den Finanzmärkten ist nun wohl endgültig eingeläutet. Spätestens seit dem starken Zinsschritt der US-Notenbank FED im Juni dürfte jedem klar sein, dass der Trend nach oben gerichtet ist. Und die EZB, die wird wohl schon im Juli mit 25 Basispunkten folgen. Über die Reaktionen bei Anleihen und im Speziellen bei Unternehmensanleihen wollen wir jetzt sprechen mit Helge Müller. Er ist Gründer und Chief Investment Officer bei Genief Invest. Schön, dass Sie da sind, hier auf dem Fondkongress in Mannheim, nach langer Zeit, Herr Müller. Wie hat sich denn der Kurswechsel der Notenbanken auf die Märkte im Allgemeinen und auf die Corporate-Bonds im Speziellen ausgewirkt? Naja, wenn wir steigende Zinsen haben, muss man eben sehen, dass der Zins die Verbindung zwischen der Gegenwart und der Zukunft ist im Investmentbereich. Und das bedeutet eben, dass zukünftige Unternehmensgewinne höher abdiskutiert werden, um Unternehmen zu berechnen. Und das führt dazu, dass die Aktien sehr deutlich korrigiert haben. Im Aktienbereich, im festverzinslichen Bereich ist das so, dass wir ein neues Zinsniveau haben. Das hat aber dazu geführt, dass schon ausgegebene Anleihen deutlich am Wert verloren haben. Also nach dem Textbuch in Finanzierungslehre ist das so, dass Staatsanleihen in der Regel als der sichere Zins gesehen werden. Hätte man vor zwei Jahren 30-jährige amerikanische Staatsanleihen gekauft, hätte man 35 Prozent seines Geldes verloren. Würde man jetzt wieder verkaufen. Das zeigt die Dimension der Anpassung, die wir gesehen haben. Auch die Geopolitik schlägt voll durch auf die Wirtschaft, auf die Weltwirtschaft. Stichwort Russland-Ukraine-Krieg. Wie gehen Sie mit diesen Risiken speziell in Ihrem Fonds um? Ja, ich glaube, ich muss man auch sehr stark trennen zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen. Im festverzinslichen Bereich ist das so, dass wir glauben, die Zinsanpassung wird weiter voranschreiten. Der Markt passt deshalb das Zinsniveau weiter an. Und das führt dazu, dass wir eben, wenn wir höhere Zinsniveaus sehen, langlaufende Anleihen noch an Kurswert verlieren könnten. Gleichzeitig ist das Zinsniveau aber schon wieder ausgesprochen attraktiv. Deswegen fokussieren wir uns im festverzinslichen Bereich derzeit auf Kurzläufer. Das heißt Anleihen mit Laufzeiten bis drei Jahren. Auf diese Weise bekommt man Zinsen, kann aber dann, wenn ein höheres Zinsniveau kommt, sich entsprechend anpassen. Im Aktienbereich ist das so, dass wir glauben, auch aus Leerung von vergangenen Krisen sind Krisen eben auch immer wieder Chancen. Und hier ist das so, dass wir ganz gezielt auf Unternehmen setzen, die schon sehr stark korrigiert haben und sozusagen Schnäppchen aufsammeln. Auch unter der Gefahr, dass es noch weiter korrigieren könnte. Aber wenn man gute Preise hat, wird sich das durchsetzen. Und deswegen setzen wir hier eben schon auf die Schnäppchen und die Unternehmen, die sehr stark korrigiert haben. Die Frage ist ja auch, ob das Schlimmste schon hinter uns liegt. Das stellt man sich ja auch in Mannheim, diese Frage natürlich. Was glauben Sie? Also ist es dann so, dass man in der Tat so langsam wieder einsteigen kann? Also wir sehen zwei Dimensionen. Das eine ist die Makroperspektive. Und da ist das so, dass von den Sorgenthemen von vor einem halben Jahr sich nichts verändert hat, sondern eigentlich hat sich alles verschlimmert. Zinsen steigen deutlich mehr, als man erwartet hat. Und ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Der Krieg geht weiter. Und selbst wenn der Krieg zu Ende ist, ist das ja so, dass das Embargo gegen Russland nicht aufenden wird. Und das führt natürlich dazu, dass dementsprechend auch die Knappheiten und die Preisniveaus im Rohstoffbereich sich weiterhin halten werden und verschlimmern könnten. Also insofern ist hier, sage ich mal, das Negativ-Szenario nicht beendet. Und es ist durchaus mit weiteren Korrekturen zu rechnen. Aber es gibt auch die Mikroperspektive. Und die liest man nicht wirklich so in der Zeitung der Zeit, weil dort wird alles sehr negativ gemalt. Aber wenn man mit den Unternehmen spricht, gerade in verschiedenen Nischenthemen, kriegen wir ein ganz anderes Feedback. Nämlich, die Unternehmen wachsen weiter. Sie sind gut positioniert und viele geben an ihren Prognosen, führen sie keine Änderungen durch. Das heißt, wir sehen einen deutlichen Wachstum in den nächsten Jahren. Gleichzeitig aber eine Preiskorrektur von teilweise über 50 Prozent. Und daraus sehen wir durchaus eben auch Chancenfelder, die man ergibt. Und das sind diese beiden Themen, die man aktuell sieht. Insofern lohnt es sich durchaus auch jetzt schon, einzusteigen. Und ich sehe auch den Optimismus förmlich in Ihrem Gesicht hier heute Morgen oder die Zuversicht zumindest. Warum sollte man gerade jetzt darüber nachdenken, vor allem in hochverzinsliche Unternehmensanleihen einzusteigen? Ja, das ist, wenn man investiert, gucken alle häufig auf die Vergangenheitsperformance. Und da ist es auch so, dass im festverzinslichen Bereich nach den starken Korrekturen Anleihen deutliche Kursverluste erlitten haben. Der Punkt ist aber, was übersehen wird, ist ja, bei Unternehmensanleihen weiß ich ja, wie viel ich in der Zukunft bekomme. Es ist ja definiert. Aus Zins, aus Laufzeit und aus Kurs kann ich ja die Rendite berechnen. Und was wir sehen ist, solche Zinsniveau hat man nicht in 30 Jahren gesehen. Das heißt, die Zinsen sind noch gar nicht stark gestiegen, der EZB in Europa ja noch gar nicht. Aber der Markt antizipiert das. Das heißt, wir haben jetzt Zinsniveaus wie in den 90er Jahren. Und auf diese Weise kann man sich sehr attraktive Zinsniveaus sichern, die man seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. Und das ist ausgesprochen attraktiv, weil wo die Märkte sich kurzfristig entwickeln im Aktienbereich, ist schwer vorherzusehen. Aber im Anleihbereich habe ich hier ein ganz klares Konzept von Laufzeiten und Renditen. Deswegen glauben wir, ist der Bereich ganz besonders attraktiv. Der Blick auf Anleihen im Allgemeinen und in dem Falle High Yield Bonds, im Besonderen von und mit Helge Müller von Genif Invest hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Herzlichen Dank und Ihnen erfolgreiche Gespräche hier. Dankeschön.